Moin Leute, willkommen zu einem neuen Commentary auf meinem Kanal, der junge Zocker. Mein Name ist YouTube Gamescom und ich präsentiere dir das kleine Gameplay hier auf dem App Stand of Swat 556, äh 556 habe ich dabei und die SMAW gespickt mit dem Profi System und einen reinen Claymore. Das ist die hier, hallo Claymore. So, lass uns doch einfach mal von Beispielen aus und wir einfach mal die Claymore die Arbeit machen und wir packen mal das Trophy System aus. Das Trophy System ist ja gut dafür da, wenn jetzt zum Beispiel ein Feind ist und in der Nähe von 10 Meter ist, dann kann es die Kugeln abfangen, aber glaube ich gegen Raketenwerfer ist es glaube ich nicht geschützt, soweit ich das weiß. Ah man, hau rein Digga, gib mal Internet5 hier, danke dass du eingeschaltet hast, dass du auf meinem Kanal jetzt bist hier und das ist jetzt so ein Chill Gameplay, was ich hier vorbereitet habe. Ich hau jetzt einfach raus, was mir alles so einpasst, hier reinpasst, hier Playstation 4 soll vorgestellt werden angeblich. Ich glaube zwar nur nicht ganz dran, aber wer weiß, vielleicht kommt die PS4 ja dieses Jahr, aber wahrscheinlich nächstes Jahr. Die Amis werden das PS4 schon dieses Jahr wahrscheinlich haben im Weihnachtsgeschäft, wird das Teil immer im Regal sein, man. Und man kann auf jeden Fall wahrscheinlich dann die letzten 15 Minuten eines Gameplays dann gleich auf YouTube laden, was ich geil finde. Man kann es mal gleich auf Clipfish laden, gleich auf MyVideo oder auch gleich auf YouTube. Und wenn das geil wäre, wenn das im Headset und Headset Chat hier noch synchronisieren wird, dass man sogar noch die Stimme gleich rein synchronisieren kann. Also einfach so ein Gameplay hier auf YouTube zu laden ist ja ganz schön und gut, aber wenn man das noch kommentieren kann gleichzeitig, da hält die PS4 natürlich auf jeden Fall einen Vorteil. Das heißt, die ganze HD-PVR-Box würde wegfallen. So, muss mir das Ding natürlich sofort holen dann, sonst nennt sich auch noch jemand YouTube Gamescom. Und dann hört ihr nicht mehr YouTube Gamescom auf der Playstation 1, da heißt es, moin Leute, willkommen bei einem neuen Live-Kommentary. Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und das wird natürlich kommen, man. Ich freue mich schon auf die PS4, weil die PS3 aber trotzdem noch weitermachen und zum Live-Kommentaries machen. Und ja, man, haut auf jeden Fall rein und der Wächter, der kann mich gleich mal am Arsch halten. Hier, der Scheiß-Wächter, was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Was ist das? Was ist das? Hat er da? Epic-Fail, Epic-Fail, Leute, das ist ein epischer Fail. Der ist durch meine Claymore gestorben, wie ich hier einfach mal aus Jux und Tollerei platziert habe. Herrlich, du wirst durch meine Claymore getötet, kannst dich freuen. Und wir schauen uns die letzte Killcam an von Dome353 und ich sage jetzt einfach nochmal Ciao, Leute. Er zerstört ja auch schon den Wächter. Herrliches Bild hier. Hau einfach rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mit HDTVR Box Plus am Start und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Deiner Choke-Mande. Ciao. Bis zum nächsten Mal.